Zusagen bei Tier 2 Strategieberatung nach dem dritten Semester, Zusagen bei Top-Inhouse-Beratung nach dem zweiten Semester, Zusagen für Spring Weeks, für Praktika vor dem Studium und natürlich auch Praktika bei den Top-Unternehmen. Das waren die besten Erfolge im März und auch im Februar. Wir werden diese heutige Top-Erfolgsfolge ausnahmsweise über zwei Monate machen, weil wir den Februar ausgelassen haben. Das heißt, ihr werdet jetzt einige Einblicke bekommen in die besten Erfolgsstory von unseren Coaching-Membern aus den letzten beiden Monaten. Jonas, vielleicht eine ganz kurze Intro für die neuen Zuhörerinnen und Zuhörer. Um was für Erfolge geht das hier bei uns? Was machen wir? Ja, wir haben zusammen vor mittlerweile über vier Jahren Pumpkin Careers gegründet, helfen heute über 1.000 Studierenden dabei, hohe berufliche Ziele in Richtung der Wirtschaft zu verfolgen. Das ist insbesondere in dem Bereich Investment Banking, Strategieberatung und auch Private Equity und arbeiten auch mit einigen Unternehmen, Hochschulen und so weiter aus diesem Bereich zusammen. Und genau, den Februar, das hatte irgendwie terminlich, glaube ich, nicht ganz gepasst, den haben wir übersprungen. Deswegen nehmen wir den heute auch nochmal mit und sonst in dem März. Genau, das sind so die Erfolge, die innerhalb der Community geteilt wurden. Das ist natürlich immer cool zu sehen, was dann alles so passiert. Genau, da würden wir einfach mal loslegen, oder? Genau, wir werden das Ganze natürlich immer anonymisieren, damit jetzt nicht ganz klar ist, okay, um wem konkret es sich handelt. Aber wir werden euch grob immer mitgeben, was der jeweilige Erfolg war. Jetzt hier die allererste Erfolgsmeldung direkt vom Anfang Februar war jemand, der sich dafür bedankt hat, dass er mit einem, ja, kann man schon sagen, schlechten Abitur mit einem mittleren Dreierschnitt und einer absoluten Non-Target-Uni sein erstes M&A-Praktikum bekommen hat, was natürlich, ja, der erste Schritt ist in so einem Turnaround von so einem Profil. Das heißt, wenn man irgendwie zu uns kommt und das Profil ist nicht gut, aber wenn man nicht zu lange wartet, zu uns zu kommen, ist unserer Erfahrung nach eben so ein Turnaround auch möglich, indem man halt die Noten im Bachelorstudium noch verbessert, die ersten Praktika bekommt. Und dann spätestens wird diese Person dann vermutlich mit einem sehr relevanten Maß dann auch die Möglichkeit haben, zu sehr relevanten Firmen zu kommen. Insbesondere im Investmentbanking wird da nicht so stark auf die Abiturnote geachtet. Und das ist dann immer cool zu sehen, dass eben das System auch für solche Leute funktioniert, wo man eigentlich jetzt wahrscheinlich als Schullehrer niemals gedacht hätte, dass so eine Person irgendwie mal bei irgendeiner Investmentbank ein paar hunderttausend Euro im Jahr verdienen wird. Ja, dann gibt es natürlich immer wieder die Personen, die irgendwie erst so mit der Zeit so ein bisschen auch ihre eigenen Ambitionen entdecken. Und da sind diese Bereiche leider größtenteils schon relativ gnadenlos. Also in Richtung Beratung nochmal viel stärker. Das Thema Abiturnote spielt immer eine Rolle, weil die das irgendwie für sich entdeckt haben, dass das sehr relevant ist anscheinend, um gewisse Performance herzuleiten. Wir merken aber immer wieder, wenn die Leute diese entsprechenden Ambitionen irgendwie über die Zeit aufbauen, sind sie oft nochmal deutlich motivierter auch und haben dann auch Lust, was zu erreichen. Und die Person hatte ja auch wirklich schon innerhalb von wenigen Wochen dann die ersten Zusagen. Genau, dann haben wir eine weitere Person, die ein bisschen fortgeschrittener war bereits im Studium, wo auch grundsätzlich, ja, die Noten im Bachelor waren okay, ich sage ich mal, und das Abi war aber auch nicht so gut und hat aber schon ein paar Praktika gemacht. Und dann geht es natürlich darum, da dann anzusetzen, wirklich auch nochmal auf die Interviews insbesondere zu konzentrieren. Die Person hat auch nicht so viele Bewerbungen dann rausgeschickt, hat dann aber Zusagen, ja, bei einer Boutique Strategieberatung beim großen Konzern im Strategiebereich bekommen, was natürlich zwei sehr gute Zusagen sind, auf denen man dann auch super einfach aufbauen kann. Und das ist dann auch so der typische Weg. Also typischerweise, wenn die Leute ein bisschen fortgeschrittener sind und zu uns kommen, dann kommen sie auch in die sogenannten Track-Programme und dann geht es dann natürlich darum, die Unternehmen sind größtenteils bekannt. Wenn man jetzt mal irgendwie noch was Strategisches im Konzern oder im Startup und so weiter machen will, dann sind auch die Unternehmen bekannt, die sind dann im DAX, irgendwelche Unicorns oder sowas in die Richtung. Und dann geht es natürlich ganz viel um die Interviewvorbereitung, die wirklich zu optimieren, Cases in Richtung Beratung oder auch technische Interviews in Richtung Investmentbanking oder auch, was viele dann total unterschätzen, natürlich das ganze Thema Personal Fit. Auch da kann man nochmal super viel rausholen. Genau, dann geht es weiter mit dem nächsten Erfolg von jemandem, der bei einer Inhouse-Beratung von einem der weltweit führenden deutschen Unternehmen ein Praktikum direkt nach am zweiten Semester bekommen hat, was natürlich extrem, extrem stark ist. Also es ist typischerweise ein Praktikum, was normale Studierende, würde ich mal sagen, im Masterstudium machen, nachdem sie schon verschiedene Vorpraktiker gemacht haben und er hat es direkt nach dem zweiten Semester bekommen, bedankt sich in dem Post auch an einen anderen Teilnehmer. Ich schätze mal, der andere Teilnehmer war davor bei dieser Inhouse-Beratung in einem Praktikum, hat dann von ihm die Bewerbungsunterlagen eingereicht. Also auch für sowas ist natürlich Pumpkin immer sehr, sehr wertvoll, um ein Netzwerk zu bekommen in die Firmen hinein. Aber das war dann natürlich keine Selbstverständlichkeit, sondern dann musste erst mal geübt werden. Das hat er dann mit dir gemacht und sich dann da dieses Praktikum gesichert. Die Person studiert an einer Top-Tier-Target-Uni in Europa, hat auch schon sehr gute Noten gehabt in der Schulzeit, verschiedene Engagements gehabt. Das heißt, es war overall schon ein sehr gutes Profil, aber trotzdem, selbst mit einem sehr, sehr guten Profil ist es jetzt keine Selbstverständlichkeit, dass du eben so eine Top-Adresse schon nach dem zweiten Semester landest, sondern da muss dann eben auch wirklich alles optimiert werden bei so einer Situation. Ja, genau. Also ich erinnere mich da noch ganz, ganz gut dran. Ich sage mal so, die Leute, die so früh dann auch mit entsprechenden Noten und so weiter, die haben manchmal dann auf ein paar anderen Ebenen nicht ganz so ein gutes Gefühl, auch was man im Interview dann wie sagt und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben da wirklich einiges optimiert in Richtung, wie man gewisse Fragen beantwortet. Und auch, wie sehr man da ausholt, wie sehr man irgendwie gewisse Sachen im Rahmen von einer Selbsttransformation machen sollte oder auch nicht machen sollte. Und weil gerade bei diesen ersten Praktika, gerade bei Unternehmen, die es nicht zwangsläufig gewohnt sind, sage ich mal, diese, ja, irgendwo Highflyer in Anführungszeichen einzustellen, also Leute, die sehr früh, sehr gutes Abi, sehr gute Noten im Studium, sehr gute Uni, wenn die das nicht gewohnt sind, die Unternehmen, dann tun die sich oft sehr schwer damit, wenn diese Leute dann, ja, einfach auch nicht so ganz das Gefühl dafür haben. Wenn sie zu sehr zum Beispiel in der Bubble drin sind und dann irgendwie solche Themen sagen und dann haben diese Unternehmen häufig ein bisschen Sorgen, dass das vielleicht nicht ganz so passt vom Personal Fit, muss man dann immer aufpassen, dass man, ja, so ein paar Sachen irgendwie einfach ein bisschen defensiver angeht, ein bisschen röger. Genau, und dann hatten wir hier eine andere Person, die dann auch in einer entsprechenden Inhouse-Beratung nach dem zweiten Semester eine Zusage bekommen hat. Das sind zwei, also jetzt die und auch die Personen davor, beides sehr, sehr gute Ergebnisse. Also so früh im Studium da einfach schon eine Zusage zu bekommen für solche Unternehmen, ist sehr, sehr gut. Und wenn man da wirklich dran bleibt und das weiter durchzieht, auch insbesondere zum Beispiel in Richtung von unserer Zusammenarbeit, also dass man da auch wirklich einfach weiter die Fragen stellt und so weiter, dann wird das sehr wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass man das Step-for-Step schafft, dann da auch wirklich einfach, ja, zu den Top-Unternehmen schon im Rahmen von so einem Bachelorstudium zu bekommen, was natürlich einfach immense Vorteile hat. Man kann sich auch so, ob man einen Master macht, man kann potenziell schon sehr früh einsteigen oder man hat halt irgendwo die freie Wahl, kann sich dadurch auch relativ viel Studiengebühren und so weiter sparen, die häufig natürlich fällig sind, wenn man im Master ist, kommt früher ein Gehalt und so weiter. Das sind viele zahlreiche Vorteile, wenn man so früh wirklich auch dann einfach dran bleibt und ja, irgendwo vieles richtig macht, sage ich mal. Genau, dann geht es also eigentlich, sehe ich hier, jeder Erfolg erwähnenswert. Dann ging es weiter, jemand quasi Gapier sehr gut durchgeplant, also jetzt ist eigentlich auch der Zeitpunkt, wenn ihr jetzt irgendwie am Ende von eurem Bachelor seid, ihr wollt dann perspektivisch nächstes Jahr ein Master beginnen und ihr wollt ein Gapier machen, dann ist das jetzt spätestens auf jeden Fall der Zeitraum, wo man sich bewerben sollte für die Praktika im Gapier, damit da nicht alle Slots frei sind. Das heißt, hier jemand, der dann bei einer sehr starken Strategieberatungsboutique quasi noch ein Gapier-Praktikum bekommen hat. Dann geht es weiter mit jemandem, der direkt für den Sommer, so steht an der Frankfurt School, direkt für den Sommer nach seinem zweiten Semester ein sehr starkes M&A-Praktikum bekommen hat. Dann das nächste, der Alex beispielsweise, der auch schon verschiedene Progress-Stories gemacht hatte, der jetzt zuvor eine Ausbildung gemacht hatte und dann jetzt als nächstes ein Praktikum bei einer In-Haus-Beratung von einem recht großen deutschen Bank-Unternehmen machen wird, was natürlich auch ein sehr, sehr cooler Step ist, trotz irgendwie nicht so gutem Abitur, trotz Ausbildung, trotz Studium, ja jetzt an der Uni, jetzt aber auch keine absolute Consulting-Target-Uni, dann in jedem Semester für solche Praktika auch ans Land zu ziehen. Ja, dann haben wir eine andere Person, die auch dazu geschrieben hat, dass sie ungefähr seit einem halben Jahr bei uns dabei ist. Das ist ein sehr gutes Beispiel für, was man eigentlich noch alles machen kann, selbst wenn das Profil eigentlich schon relativ gut ist und in kurzer Zeit von so einem guten, vielleicht irgendwo auch sehr guten Profil zu einem herausragenden Profil zu wechseln. Das sind dann die Themen Spring Week, da ist ein Thema wie ein Consulting-Praktikum, praktisch dann schon nach dem zweiten Semester, Beitritt bei einer Initiative, Aufnahme in einem Stipendium und dann wirklich auch herausragende Ergebnisse auch im Studium, was die Klausuren angeht. Und das sind dann natürlich genau diese Sachen, wir merken jetzt viele Leute, die auch irgendwie noch relativ früh im Studium sind, in dem Februar ihre Erfolge geteilt und das ist natürlich sowas, natürlich wird die Person gewisse dieser Bestandteile auch alleine erreichen können, gar keine Frage, aber diese Kombination von all diesen Dingen, so das waren jetzt echt einige Sachen, das ist dann schon was Besonderes und das ist was, wo wir einfach enorm weiterhelfen können. Bei solchen Personen geht es dann gar nicht darum, jetzt sozusagen so, ey, die Person, die würde gar keine Schritte ohne uns schaffen, aber dadurch, dass sie das schafft, einfach diese Sachen miteinander zu kombinieren, auch hier wird das Step-for-Step ganz klar in Richtung von auch einem sehr straighten Einstieg irgendwo nach dem Bachelor gehen, das heißt ohne weitere Urlaubssemester, ohne Sonstiges. Und diese Sachen so früh im Studium miteinander zu kombinieren, das ist was, wo wir super bei unterstützen können, weil wir praktisch all diese Themen gleichzeitig für dich optimieren können. Du startest halt einfach nicht bei Null bei diesen Themen, sondern weißt direkt, was abgeht, weißt direkt, was du machen musst, weißt direkt, was die nächsten logischen Schritte sind und dass es einfach ein enormer, enormer Mehrwert. Genau. Ja, so geht es dann eigentlich recht weiter. Auch jemand anders steht dann auch an der Target-Uni, an der Privat-Uni in der DACH-Region, hat dann auch seine Noten weiter nach oben getrieben, starke Praktika bekommen. Jemand anders, der jetzt auch schon, glaube ich, so seit einem Jahr im Coaching dabei ist oder nee, seit einem halben Jahr, er hat eine Zusage bekommen für einen Tier-One-Master in Europa mit einem 20.000-Euro-Stipendium. Und das ist natürlich dann auch super wertvoll. Also diese Master an den Top-Business-Schools in Europa kosten typischerweise 40.000, 50.000 Euro. Da 20.000 Euro sozusagen Rabatt zu bekommen durch ein Stipendium, ist natürlich super, super wertvoll. Plus die Person hat dann noch ein Praktikum bekommen bei einer Tier-2-Beratung, bevor dieser Master losgeht und ist dann sehr, sehr gut aufgestellt, um dann, sobald der Master dann losgeht, sich dann auch bei den Tier-One-Beratungshäusern bewerben zu können. Ja, genau. Und dann, jetzt sind wir einmal durch mit dem Februar praktisch und gehen dann einmal weiter in Richtung März. Genau, auch hier direkt guter Start mit jemandem, der sich wirklich bei einem der absolut größten, am meisten im Hype befindlichen Startups schon auch sehr früh und mit einem auch nicht so ganz idealen Profil irgendwo eine Zusage in Business Development sichern konnte. Hier war dann auch so ein bisschen das Besondere, dass die Person einen relativ großen Schritt irgendwo machen konnte von unserer, wenn mir praktisch intern über 800 Unternehmen und viele weitere noch, die wir praktisch bewerten, auf einer klaren Skala, die irgendwo existiert, weil wir immer wieder gemerkt haben, viele Leute sind sich da sehr unsicher. Viele Unternehmen geben dann auch kein wirklich ehrliches Feedback und wir haben das Ganze wirklich über die Jahre sehr stark quantifiziert und unser Ziel ist es praktisch immer zwischen zwei Praktika den maximalen Abstand irgendwo herzustellen, der möglich ist. Und dafür haben wir eine ganz klare Strategie, die es vorsieht, dass man relativ viele Bewerbungen rausschickt. Dafür haben wir dann eine sehr effiziente Strategie, wie man das auch schafft und dann entsprechend Interviews hat. Und das Ziel ist es halt dann auch ein paar Interviews zu haben bei Unternehmen, die einen typischerweise nicht unbedingt einladen würden, wo man aber dann vielleicht so ein bisschen dieses Glück irgendwo braucht, weil es ist nie eine Eins oder Null, dass ein Unternehmen einen irgendwie einlädt. Das hat hier sehr, sehr gut funktioniert. Dann hatten wir ja als nächstes nochmal eine Person, die auch an einer sehr guten Hochschule studiert, dort auch entsprechend ja sehr gute Ergebnisse erzielt und dann halt ein Praktikum macht nach dem dritten Semester, was man halt häufiger ja viel, viel später sieht bei einer ja absoluten Top-Würden wir jetzt mal als T2 Unternehmensberatung einordnen und das halt dann bereits nach dem dritten Semester. Das muss man dazu sagen, das hatten wir immer mal wieder, aber es ist schon eine absolute Ausnahme, dass es dann auch wirklich so früh funktioniert. Ich erinnere mich an die Leute, wo das funktioniert hat. Das war auch größtenteils nicht über jetzt persönliches Netzwerk oder so, sondern vielleicht haben die sich über die Zeit Kontaktpunkte aufgebaut und so weiter. Das haben wir aber häufig auch einfach mal probiert. Das waren dann halt Leute, die zu dem Zeitpunkt eigentlich kurz vor Studienbeginn oder sowas zu uns gekommen sind, wo man dann wirklich schon gewisse Sachen aufgebaut hatte, genau wie ich das eben beschrieben hatte mit diesen Themen, wie dann auch Stipendien, Engagement und so weiter und so fort und diese Sachen ja einfach auch aufgebaut hat und dann kam das dann irgendwie alles auf einmal dann zusammen. Das wirkt dann für manche Leute so, oha, krass, aber am Ende haben diese Personen alle gemeint, dass die halt von vornherein nicht nur einzelne Sachen optimiert haben, vielleicht in Anführungszeichen nicht nur irgendwie im Praktikum früh gemacht haben, sondern haben dann noch ein Stipendium und dann tun sich manchmal so Möglichkeiten auf und die muss man natürlich dann auch erstmal nutzen mit der entsprechenden Interviewvorbereitung und sowas und das dann nicht einfach verstreichen lassen, ein bisschen diese Möglichkeit. Ich hatte damals in meinem Studium, glaube ich, eine ähnliche Möglichkeit, die hat damals nicht so gut funktioniert. Da ist es einfach sehr, sehr wichtig dann, dass man auch wirklich realisiert, was dann der Step-Up ist, den man machen muss in Richtung Interview, Preparation und so weiter und so fort, weil sonst hatte man eine große Chance und fliegt dann so ein bisschen auf die Schnauze, weil das Level dann doch deutlich und ja, deutlich schneller irgendwie ansteigt, als man eigentlich es gewohnt ist oder damit auch rechnet. Ja, genau. Dann geht es dann recht schnell auch weiter mit einer Person, die ein sehr cooles Consulting-Praktikum vorm Studium bekommen hat. Also das ist jetzt eine Person, die war dann auch seit Dezember bei uns im Coaching. Das heißt, wenn man halt ein Praktikum vorm Studium bekommen möchte, dann ist eigentlich wirklich jetzt so der allerspäteste Zeitpunkt, wo man auch zu uns kommen sollte. Besser wäre es gewesen, wenn man irgendwie schon im Dezember, Januar zu uns gekommen wäre, aber jetzt kann man noch gucken, was man macht. Wenn man irgendwie sagt, okay, ich komme erst in zwei Monaten zu Pumpkin, dann ist halt der Fokus schon auf der Uni-Vorbereitung. Dann ist es wirklich zu spät für ein Praktikum, aber jetzt gerade kann man sich dann ja langsam sicher auch darum kümmern für ein Praktikum für nach dem ersten Semester. Das heißt, für alle, die zuhören, Abi machen oder Abi gemacht haben dieses Jahr und überlegen, zu Pumpkin zu kommen. Ganz klare Empfehlung zu jetzt, also zum jetzigen Zeitpunkt, sich bei uns anzumelden und jetzt nicht länger zu warten, sodass man da einfach von Anfang an alles perfekt planen kann und da die vollen Benefits auch mitnehmen kann. Ja, genau. Dann hatten wir hier auch eine Person, die ja auch eher vielleicht ein bisschen Interesse an der Inhouse-Beratung hat. Das ist was, was sich natürlich immer wieder rauskristallisiert. Viele Leute kommen zu uns mit diesen klaren Zielen irgendwo, dass in diese Bereiche irgendwie Unternehmensberatung, Investmentbanking gehen wollen und natürlich nicht alle am Ende merken für sich, dass es dann wirklich das finale Ziel ist. Häufig ist dann zum Glück so, dass sie das auf der einen Seite sehr, sehr schnell merken und dadurch einfach noch super früh irgendwie sich auch für andere Ziele irgendwo qualifizieren können und auf der anderen Seite ist es dann so, dass sie meistens schon entsprechende Erfahrungen haben und sowas, die trotzdem sehr, sehr hilfreich sind, um dann irgendwo auch weitere Schritte gehen zu können. Und hier hatten wir eine Person, die praktisch auch, ja, back to back eigentlich wenn ich so, ja, wenn ich jetzt irgendwie die Top-5-Inhouse-Beratung nennen möchte, irgendwie dann auch bei zwei war, dass ich das jeweils anschauen wollte und das ist dann natürlich auch ein sehr, sehr guter Fortschritt. Genau. So, dann auch wieder jemand anders, hat direkt nach dem zweiten Semester zwei Zusagen bekommen von Tier-3-Beratung, hat geschrieben, jeweils durch Kontakte Einladungen bekommen, aber auch eine Einladung, ein Kontakt, achso, ohne Kontakte. Okay, ich hatte gelesen, mit Kontakte. Danke, dass du das nochmal korrigiert hast. Ich finde, selbst mit Kontakten wären ein sehr guter Erfolg gewesen, aber natürlich ohne Kontakte ist das Ganze nochmals, nochmals stärker. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, ich studiere dann auch an einer absoluten Top-Target-Uni mit einem sehr, sehr guten Profil, das heißt auch hier ein Tier-2-Praktikum nach dem dritten Semester, ein Tier-3-Praktikum nach dem zweiten Semester, also das ist im Investment-Banking eher nicht möglich, aber in der Beratung ist sowas schon möglich, aber da braucht man dann in der Regel eben schon ein Top-Profil und sollte dann auch von Anfang an wissen, wie der Hase läuft am Ende des Tages. Genau, ein Top-Profil und irgendwo so ein bisschen dann, sag ich mal, die Fähigkeit, das Glück irgendwie zu maximieren, also das heißt, es gibt natürlich schon auch ein paar Sachen, die man machen kann, um sich selbst in die Position zu bringen und insbesondere halt auch wirklich die entsprechende Interview-Vorbereitung auch. Man hat halt dann in dem direkten Studienumfeld halt meistens nicht Leute, die das auch schon gemacht haben, deswegen ist es da dann halt total wertvoll, sich auch mit Leuten austauschen zu können, die diesen Interview-Prozess irgendwo schon gemacht haben, auch erfolgreich gemacht haben und die Möglichkeit hat man halt dann bei uns jederzeit. Deswegen dankt er ja hier dann auch diesen entsprechenden Leuten aus dem Coaching. Genau, dann haben wir hier eine andere Person, die sich dann, haben wir auch immer mal wieder, die sich dann dazu entschieden hat, irgendwie gar nicht irgendwie, ja in Europa, also London haben wir natürlich regelmäßig auch, aber dann, ja danach gibt es immer wieder so ein paar mal, ja außergewöhnlichere Stories, weil unser Konzept irgendwo auch relativ einzigartig ist, ja finden sich auch immer wieder Leute, die zum Beispiel sagen, hey, ich bin irgendwie schon in den USA und möchte es irgendwie da schaffen oder vielleicht ist Deutschland noch eine Option, aber dann entscheiden sie sich mit der Zeit irgendwie, hey ich möchte in den USA. Asien hatten wir jetzt auch schon ein paar Mal und wie gesagt, meistens ist das so ein bisschen so eine Entwicklung und wir hatten da auch, ja sowohl in Asien als auch USA und so weiter jeweils auch schon Leute, die dann bei den absoluten Top-Playern eingestiegen sind und genau, hier hatten wir eine Person, die sich dann am Ende für einen Einstieg in Hongkong entschieden hat, weil, ja, einer der größten Banken weltweit in der strategischen Abteilung, ja das ist dann mal was ganz, ganz anderes, das haben wir auch ab und zu. Genau, so dann geht es weiter mit verschiedenen Zusagen irgendwie für ein cooles Praktikum nach dem zweiten Semester, also das war jetzt dann auch so die Phase irgendwie zum März rum, wo man dann langsam aber sicher auch sich die Zusagen für das Praktikum nach dem zweiten Semester sichert oder ja auch der nächste bei einer Top-In-House-Beratung von einem deutschen DAX-Konzern nach dem vierten Semester ein Praktikum jetzt quasi auch für den Sommer sich gesichert, trotz irgendwie Non-Target, Uni etc., was dann natürlich auch ein sehr, sehr wichtiger Step ist in so einer Situation, damit man da einfach, ja, im Sommer nicht ohne Praktikum dasteht, sondern was am Start hat. Genau, das ist jetzt so ein bisschen so die, definitiv die Schlussphase, sage ich mal, im Sommer, also die allermeisten jetzt bei uns in der Zusammenarbeit, haben sich viele wirklich auch schon Ende des letzten Jahres diese Praktika gesichert, gerade wenn es in Richtung Investmentbanking gehen sollte. Beratung war dann auch viel noch Anfang des Jahres teilweise, aber jetzt ist das Thema eigentlich schon, wie man dann auch in den Erfolgen sieht, irgendwie mehr oder minder durch und jetzt blicken eigentlich alle oder die meisten dann schon auf dieses Thema irgendwie Anfang 2025, ist ja ein bisschen unterschiedlich, je nach persönlichen Studienverlauf, klar, wenn man jetzt einen Gap hier macht oder so, ist es natürlich nochmal anders, aber das ist dann so ein bisschen dann der Fokus, auf den wir so langsam blicken oder auf den wir so langsam dann wechseln. Ja, und dann gehen langsam aber sicher auch die Erfolgsmeldungen im März zu Ende. Also, es ist hier jemand, der als Abiturient schon zu uns gekommen ist, als Schüler, der nochmal geschrieben hat, hey, 1-0-Abitur jetzt geschafft, Praktika bekommen in der Wirtschaftsprüfung bei einer Big Four, zwischen Abitur und Studienbeginn, Assessment Center geschafft an seiner Wunschuni und 50%-Stipendium bekommen, sich super persönlich weiterentwickelt, ganz viele spannende Menschen kennengelernt. Das heißt, das ist natürlich dann auch ideal, wenn jemand schon in der Abiturzeit zu Pumpkin kommt, weil dann ist natürlich der Payoff extrem, extrem hoch durch diese Zusagen, durch die Stipendien, die man sich sicher durch den sehr guten Abiturschnitt, den man durch das Early-Bird-Programm gewinnt. Das heißt, wenn du gerade irgendwie in der Oberstufe bist und sagst, hey, ich bin mir schon echt sicher, dass ich diese Karriereziele habe, dann auch sehr, sehr gerne mal über die Webseite bei uns eintragen, damit wir mal sprechen können, ob das nicht für dich auch relevant wäre. Ja, ich meine, am Ende mit dem Stipendium ist das Programm ja schon mehrmals sein Geld wert gewesen. Also gerade, wenn du natürlich auch planst, diese hohen Ziele irgendwo hast, dann ist das natürlich was, was man super auch Schritt für Schritt angehen kann, weil auch da, wenn man einfach verschiedene Dinge optimiert, ist das was, ja, was man sehr, sehr gut erreichen kann. Genau, und sonst, ja, zum Abschluss praktisch hatten wir hier nochmal eine Person, die auf der einen Seite sich eine Spring Week sichern konnte. Ich glaube, sie hat das mal ein bisschen gewartet mit der Verkündung. Ich glaube nicht, dass das so spät, dass die so spät noch rausgegangen ist und dann im Sommer dann auch schon erst ein Banking-Praktikum machen kann. Das ist ja auch was, wo man irgendwie gerne mal, ja, wie ist es irgendwie total schwierig, dann schon früh im Studium oder auch als erstes Praktikum das zu machen. Ich muss ehrlich sagen, da haben wir deutlich andere Erfahrungen gemacht. Also ich würde sagen, deutlich, deutlich mehr Leute machen bei uns eigentlich mit dem ersten Praktikum schon direkt irgendwas in Richtung M&A oder M&A-Praktikum. Also entweder irgendwie bei einem Konzern, Unternehmen oder sowas in deren M&A-Abteilung oder bei einer M&A-Boutique, M&A-Beratung. Und eigentlich sind da jegliche Zwischen-Steps oft gar nicht so notwendig. Und wenn man diese entsprechende Ambitionen hat und für sich sagt, hey, das möchte ich erreichen, dann haben wir das ja hunderte Male nachgewiesen, dass das genau so auch funktionieren kann. Dann bist du bei uns wirklich am absolut richtigen Ort, um genau diese Ziele zu erreichen. Das heißt, wenn du ambitioniert bist, wenn du Lust hast, was zu erreichen, wenn du in Richtung Investmentbanking, Strategieberatung, Private Equity oder auch naheliegend andere Bereiche gehen möchtest, dann hast du jetzt heute mal wieder gehört, viele Leute, die bei uns dabei sind, die coole Erfolge erzielen. Konntest vielleicht auch so ein bisschen was mitnehmen irgendwie, wie wir diese Erfolge erzielen. Das können wir dir aber auch sehr, sehr gerne nochmal detaillierter erklären, indem du dich einfach einmal auf unserer Webseite bewegst. Da findest du auch nochmal viele weitere Erfolgsmeldungen und da dich einfach über den Button jetzt bewerben einmal bewirbst, dann steht ein kurzes erstes Gespräch an, wo wir dich auch einfach nochmal ein bisschen besser kennenlernen wollen, wo wir verstehen wollen, hey, wo stehst du gerade, wo möchtest du hin, was sind vielleicht auch die Themen, wo wir dich bei unterstützen können. Wenn wir das verstanden haben und da der Meinung ist, hey, so eine Zusammenarbeit könnte irgendwo potenziell für beide Seiten sinnvoll sein, dann machen wir die sogenannte Chorus-Co-Analyse aus und da erklären wir dir wirklich nochmal im Detail 90 Minuten ungefähr wirklich, was sind bei dir aktuell so die wichtigsten Themen und wie genau unterstützen wir dich dabei. Das heißt, dann verstehst du wirklich auf dich angepasst, wie wir dich ganz genau unterstützen. Das ist ein total cooles Gespräch, wo du super viel mitnehmen kannst und ich kann dir wirklich nur empfehlen, wenn du diese Ziele hast, solltest du diesen Prozess auf jeden Fall mal mitmachen. Und dann wäre ich mir auch relativ sicher, wenn der Rest irgendwie auch passt und so weiter, dass wir uns auch bald im Rahmen von so einer Zusammenarbeit sehen würden. Aber erstmal alles ganz entspannt, gerne mal anhören das Ganze. Genau. Und wie immer, wenn du irgendwie Feedback hast, wenn du Fragen hast, dann wäre immer dafür da, dass du uns auch gerne kontaktieren kannst. Und ja, gerne den Podcast abonnieren, positive Bewertungen da lassen, dann sehen und hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, viele Grüße aus Frankfurt.